So, das ist ein bisschen. So, das ist ein bisschen. Vielen Dank. Aber da müsste... Also, glaube ich, dass ich da auch hier so viele Fehler... Ja, dann kann man es ja einfach drehen und echt zu dann in der Gründerin hier irgendwie stellen. Ja. Das dürfen wir, ne? Ich glaube schon. So lange der Fliecher kommt, dürfen wir das... Man muss halt immer aufwacht gehen, dass wir den Weg stehen müssen. Wo sie es halt hier schleppen, auf 30 oder 30, da dürfen wir sie doch nicht erstellen. Ja. Jetzt kommt nichts. Die wird auch gleich rausgehen, jetzt die Erfraus. So, wir machen nochmal die Türen auf. Und wieder geht natürlich nicht aussteigen. Und dann können wir den Start nochmal anschauen. Das dauert aber noch ein bisschen. Das dauert, ja. Das dauert, ja. Das dauert aber noch ein bisschen. Ich weiß auch nicht, ob er schon frei geworden hat, aber dann mache ich halt gleich raus auf die vorne. Das dauert, ja. Das dauert. Das dauert, ja. Das dauert, ja.